Hallo beim Fiederfolks und der ersten Ausgabe des Fischfreitags, an dem ich euch jeden Freitag Meeresbewohner auf Briefmarken vorstellen möchte. Los geht es mit den ersten in der Bundesrepublik erschienenen Marken mit Fischmotiv. Diese in satten Tönen gehaltenen Marken zeigen Hering, kleiner Bootbarsch, Karpfen sowie Kabeljau. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Fiederfolks.